Und dann Moinsen zu einem Video, auf dessen Thema ich einfach auch mal Bock hatte. Ich kann gar nicht richtig einschätzen, ob das noch mehr interessant wird neben mir. Wer hat es ja dann erfahren in den Kommentaren und so weiter. Aber es geht um Stuttgart international und einen kleinen Titel, den wir da gefeiert haben. So gesehen haben wir nämlich drei internationale Titel gefeiert bisher, die teilweise gar nicht angezeigt werden in so Auflösungen von Erfolgen und so weiter. Und das auch, werdet ihr auch durchs Video dann wahrscheinlich auch erfahren oder auch merken. Durchaus zu Recht, ich schaue auf den UI Cup, den der VfB offiziell dreimal gewonnen hat. Und an der Stelle freue ich mich, euch den Sponsor dieses Videos vorzustellen, nämlich PUBG Mobile. Das Spiel fürs Handy, das auf PUBG Battlegrounds basiert. Ihr kennt die App bestimmt, ist ein sehr beliebtes Handyspiel, über 50 Millionen tägliche Nutzer. Eines der beliebtesten Free-to-Play-Handyspiele, über eine Milliarde Downloads am Start. Und das Spielsystem vom Spiel ist eben auch einfach und gut. Bis zu 100 Spieler springen aus dem Flugzeug, dann der Showdown bis zum Sieg mit Waffen, mit Fahrzeugen. Vorräte können gebündelt werden und eben einer schrumpfenden Zone, das in über 10 verschiedenen Modis. Es gibt Solo, Duo, Squad. Es gibt Karten mit einzigartigen Features. Einfach ein authentisches Battle-Royale-Erlebnis gegen Spieler aus der gesamten Welt. Hier auf dem Kanal geht es ja um Fußball, wisst ihr ja. Und so nun auch bei PUBG Mobile zur Weltmeisterschaft. Football Royale heißt dieses Event. Und ein Ex-VfBler hat hier eine Zusammenarbeit. Timo Werner, Jugendspieler des VfB Stuttgart, jüngster Torschützer des VfB und drittjüngster Torschützer der Bundesliga-Geschichte. Wir kennen ihn alle. Mittlerweile Nationalspieler. Temporeich, energiegeladen, Torjünger-Mick. Wir kennen seinen Stil auf dem Platz und er passt auch in das Spiel. Wir haben ihn jetzt als Spiele-Avatar in PUBG Mobile am Start. Ihr könnt ihn da zocken mit speziellem Kostüm und anderen Royal-Gegenständen natürlich. Also ab in die Videobeschreibung. Klickt auf den Link und leitet euch die App herunter, damit ihr mit Timo Werner, einfach zu feierbar, mit Timo Werner in PUBG Mobile zocken könnt. Euch viel Spaß und jetzt weiter mit dem Video. Den Wettbewerb gab es von 1967 bis 2008. Der UEFA Inter Toto Cup. Und ab 1995 wurde er meist als UI Cup abgekürzt. Aber warum gab es denn den? Interessant hier unter dem Begriff Toto versteht man vorwiegend Sportwetten. Und das ist eben auch tatsächlich ein Grund gewesen für diesen Cup. Damit man eben in der fußballfreien Zeit weiterhin Toto-Wetten, also Sportwetten, anbieten konnte. Kein Scheiß. Fußballfreie Zeit hieß dann eben auch Sommer. Also dieser internationale Wettbewerb wurde zwischen den Saisons ausgespielt. Wir verknüpfen uns hier ein bisschen auf die Zeit, in der der VfB mit am Start war. So ein bisschen ab 1995, weil da war es dann die Möglichkeit für die Vereine, die es tabellarisch in der Liga knapp verpasst haben, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Eben diesen Umweg doch noch in den UEFA Cup, dann sich dadurch rein zu mogeln so ein bisschen. Mit UEFA Cup ist Europa League gemeint. So hieß das Ding eben noch bis 2009, ab da in Europa League. Und damals war der UEFA Cup offensichtlich auch nicht allzu beliebt. Wäre heute safe auch nicht, weil da fallen vielen auch schon damals Namen wie Strohhalm Cup, Trost Cup oder Cup der guten Hoffnung. Viermal war der VfB beim UEFA Cup dabei, 1996, 2000, 2002 und 2008. Und das muss man sich echt mal geben. 1995, 1996 wurde der VfB in der Bundesliga Zehnter. Zehnter Platz, war letzter Teilnehmerplatz für den UEFA Cup in der Saison. Das war noch Bremen, 1860 und Karlsruhe. Damals wurden die ersten fünf Plätze, durften europäisch spielen, haben sich qualifiziert. Und Platz 6 war eben in dem Jahr speziell, war Rostock und die haben eben verzichtet. Deswegen war der VfB erst Nummer 10 tatsächlich mit in der Liste drin, mit in den Teilnehmern dabei beim UEFA Cup. Schaffte es aber damals nicht aus der Gruppenphase raus. Man wurde Dritter in der Gruppe mit Lüttich, Aalborg, Haifa und Cliftonville. Und das nächste Mal waren wir dann im Jahr 2000, wie gesagt, im UEFA Cup. Damals wurde der 7. und der 8. der Bundesliga, gingen in diesen UEFA Cup rein. Das waren Wolfsburg und der VfB. Ab der zweiten Runde ging es für den VfB los als Achter. Ab der dritten dann für Wolfsburg als siebter Platz. Zuerst ging es gegen Neuchachtel Xamax, wenn das so heißt, aus der Schweiz. Und da waren Klubs dabei. Das kannst du nicht ausdenken. Also hier mal eine kleine Auswahl, ich sag mal, an W-Dann-Passwörtern. Wahrscheinlich werde ich hier keinen davon jeweils richtig aussprechen. Dünapro, Transmasch, Mahilju, Nea, Salamis, Famagusta und Lefthür, Olafsjörr. Also logischerweise nichts gegen die Vereine so. Die haben halt ihre Namen, aber es ist halt von dem Ding her, wie man es auch kennt, Europa. Die Konflikte sind teilweise, Teams dabei sind ganz wild. Und da ist nochmal eine Schippe drauf. Das ist fast noch schlimmer als irgendwelche Konferencing-Qualifikationsrunden, was da rumgerannt ist. Im Sommer wurde, wie gesagt, gespielt nach der Saison. Hier beispielsweise vom 17.06. war die erste Runde vom UEFA Cup bis zum letzten Finalspiel am 22.08. Der VfB gewann insgesamt mit 10 zu 1 gegen die Schweizer. Denn es gab, deswegen sag ich insgesamt, es gab Hin- und Rückspiel. Es gab Hin- und Rückspiel. Und das Heimspiel war laut Kicker vor 1100 Zuschauern im Wildparkstadion in Karlsruhe. Machst du ja auch kein Bild von. In der dritten Runde kam man durch die Auswärts-Zu-Regel gegen Lenz weiter. Insgesamt stand es dann 2 zu 2, aber damals gab es auch die Auswärts-Zu-Regel. Im Halbfinale kam man auch durch. Ein 1 zu 1 zu Hause und ein 0 zu 1 Sieg. Und dann im Finale gegen Auxerre aus Frankreich. Auch da, auch das Finale, Hin- und Rückspiel, komme bodenlos. 0 zu 2 Sieg in Frankreich und ein 1 zu 1 zu Hause. Sieg im UEFA Cup als einer von drei Siegern übrigens. Es gab drei Finalspiele. Also auch Unise Calcio und Celta Vigo gewannen so gesehen den UEFA Cup 2000. Es gab drei Gewinner. Es gab auch einen kleinen Pokal, der dann vor 12.000 Zuschauern im Gottlieb der Hemmerstadion an einem schönen Dienstagabend in die Luft gestreckt werden konnte. Das auch mit Spielern eben wie dem Hildebrandt, Gerber, Bordon, Soldo und Balakow. Und das einzige Spiel war es auch tatsächlich in Stuttgart. Also das Finalspiel, das Finale-Rückspiel war das einzige in Stuttgart. Wie gesagt, die Runden davor alle in Karlsruhe, ganz wild. Und im UEFA Cup schaffte man es dann bis ins Achtelfinale. Da war es dann zu Ende gegen Celta Vigo. Auch 2002 ging man als Bundesliga-Achter in den UEFA Cup. Auch da wieder zweite Runde ging es los. Insgesamt 3 zu 0 gegen den SC Lockerrennen. Dritte Runde dann gegen AC Perugia. Insgesamt ein 4 zu 3 Sieg. Und Halbfnall gewann man insgesamt mit 3 zu 1 gegen. Kurz Luft holen. NK Slaven Belupo Koprivnika. Wahrscheinlich völlig falsch. Im Finale der Sieg dann über zwei Spiele gegen OSC Lille mit 2 zu 1. Dazu Fulham und Malaga. Die anderen beiden Sieger. Auch da wieder drei Sieger. Das auch hier wieder mit, ist ja kein großer Unterschied zu 2000. Aber Hildebrandt, Meira, Hleb, Balakov und auch ein Kourani. Hier immerhin von Beginn an im Gottlieb der Heimatstadion. Hatten aber trotzdem als schlechtestes Spiel einen Wert von 5.150 Zuschauern mal in irgendeiner Runde von diesem UEFA Cup in der Saison. Und auch da war ein Anschluss im UEFA Cup im Achtelfinale Schluss. Damals dann gegen Celtic Glasgow. 2008 ging es in den Wettbewerb als einziger Bundesliga-Teilnehmer. Das war, so wie ich das verstehe, auch ein anderer UEFA Cup quasi. Das war der letzte Jahr. Danach war es vorbei. Letzte Saison 50 Mitgliedsverbände der UEFA durften jeweils eine Mannschaft schicken. Wir waren es eben aus Deutschland. Und hier gab es nur eine Partie für den VfB im UEFA Cup an und für sich. Das war gegen Saturn Moskowskaya Oblast aus Russland. 1-0 dort verloren. Rückspiel 1-190 Minuten und eben in der Verlängerung dann durch ein 3-0 Sieg zu Hause durchgekommen. Schön an einem Sonntagabend um 18 Uhr vor 12.000 Zuschauern am 27.07. Also das ist Vogelwild dieses Turnier. Dann ging es eben weiter in Qualifikationsrunden für den UEFA Cup. In Runde 2 ist man reingestartet. 6-2 insgesamt gegen Gyori Eto FC. Dritte Runde 4-3 gegen Cerno Morevana. Das auch mit Spielern mit Videpierre, Taski, Pardo, Hilbert, Marika und Sami Khedira damals noch. Und das war das letzte Mal vor dieser Saison, also vor dieser aktuellen Saison der Bundesliga, dass eben 8 Teams europäisch waren. Weil wir kamen über den UEFA Cup Sieg, was ja schon wild genug ist, kamen wir rein. Aber Hertha BSC kam auch da einfach durch die Fairplay-Wertung in den UEFA Cup. Das gab es bis 2015, 2016. Dass dadurch immer ein Bundesligist aus der Liga in die erste Quali-Runde für den UEFA Cup oder in die Euroleague dann reinkam. Durch die Fairplay-Wertung. Und in der Gruppenphase dann kam man als Zweiter durch von drei Mannschaften weiter. Gab damals fünf Mannschaften pro Gruppe. Drei kamen eben weiter. Lüttich, VfB, Genua, Sevilla, Partizan, Belgrad. In der Reihenfolge schluss man die Tabelle ab. Und dann im 16. Finale war Schluss gegen Sienzland-Petersburg mit 4-2 insgesamt. Das war auch mein höchstes internationales Spiel mit dem VfB im Stadion. Das Rückspiel, was auch mit 1-2 verloren ging. Also ein sehr wilder Wettbewerb auf jeden Fall. Für noch mehr Spiele und eben krasserweise auch für mehr Sportwetten. Der Umweg, um auch als Zehnter der Bundesliga die Chance zu haben. Auch wenn wir es damals nicht geschafft haben. Aber die Chance zu haben, europäisch zu spielen. Die Zuschauerzahlen sagen eigentlich schon fast alles. Die sagen einem, dass es absolut auch schon damals so war. Aber heute würde man, glaube ich, das Ding auch so was von auf die Barrikaden gehen, wenn so was nochmal passieren würde. Bodenloses Ding. Wobei wir auch da sagen müssen, wir haben ja sowas ähnliches schon. Also das hat ja, das hätten wir sowas aktuell auch noch. Hätte das ein Sinnlosigkeitslevel, das wahrscheinlich noch unter der Nations League ist. Ja auch irgendwo mitten im Sommer noch das nächste Turnier reinballert. Noch mehr Spiele für die Spieler. Eben auch wilderweise an Dienstagen, an Sonntagen. Mit Anpfiffen um 18.15 Uhr und so ein Vollquatsch. Mitten in der Sommerpause gegen Teams. Die, wie gesagt, nichts gegen die Teams. Aber keine Sau kennt. Die keine Zuschauer anlocken. Gar nichts. Das gefühlt keine Zuschauer da. Wie gesagt mal 5000 Zuschauer in irgendeiner Runde gewesen. Aber nimmt man mit, weil so können wir es so gesehen sagen, dass wir drei europäische internationale Titel haben. Wertvoller logischerweise sind die neun UEFA Cup Teilnahmen, zwei Europa League Teilnahmen, vier Champions League Teilnahmen und natürlich die zwei Finals, die leider beide verloren gingen. Aber wir haben zwei Finals, UEFA Cup Finalist 1989 und Europapokal, der Pokalsieger Finalist 1998. Aber eben auch diese drei UEFA Cup Siege 2000, 2002 und 2008. Und damit war es das von dem Video. Gerne eure Meinung zu dem UEFA Cup irgendwie in den Kommentaren da lassen. Habt ihr den damals irgendwie groß verfolgt oder so? Weil ich habe den gar nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, es gab diesen UEFA Cup, aber ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was das für eine Bedeutung hatte damals. Deswegen das Video hier, bedanke ich fürs Zuschauen. Gerne das Kosmos ein Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.